Bhagavad-Gita, erstes Kapitel, Vers 20 O König, zu diesem Zeitpunkt nahm Arjuna, der Sohn Pandus, der auf seinem Streitwagen saß und dessen Fahne mit dem Zeichen Hanumans versehen war, seinen Bogen auf, und während er nach den Söhnen Dritharashtras blickte, bereitete er sich darauf vor, seine Pfeile zu schießen. Daraufhin, O König, sprach Arjuna zu Rijikeja, Krishna, folgende Worte Erklärung Die Schlacht sollte jeden Augenblick beginnen. Es ist aus der oben erwähnten Darstellung zu entnehmen, dass die Söhne Dritharashtras entmutigt waren, als sie die unerwartete Aufstellung der Streitkräfte der Pandavas sahen, die durch die direkte Unterweisung Shri Krishnas auf dem Schlachtfeld geführt wurden. Das Emblem Hanumans auf der Fahne Arjunas ist ein weiteres Zeichen des Sieges, denn Hanuman kämpfte in der Schlacht zwischen Rama und Ravana auf Seiten Shri Ramas, die aus diesem Kampf siegreich hervorging. Jetzt waren sowohl Rama als auch Hanuman auf dem Streitwagen Arjunas anwesend, um ihn zu unterstützen. Shri Krishna ist Rama selbst und wo immer Shri Rama ist, dort sind auch sein ewiger Diener Hanuman und seine ewige Gefährtin Sita, die Göttin des Glücks, anzutreffen. Daher gab es für Arjuna keinen Grund, irgendwelche Feinde zu fürchten, und vor allem war der Herr des Sinne, Rijikeja, persönlich anwesend, um ihm Anweisungen zu geben. Somit standen Arjuna, was die Durchführung der Schlacht betraf, alle guten Ratschläge zur Verfügung. In solch glücksverheißenden Bedingungen, die vom Herrn für seinen Geweihten geschaffen worden waren, lagen die Zeichen sicheren Sieges.